Wollen Ihre Kleinen spielen? Sesamstraße – Es war einmal ein Monster! Ist ein neues, märchenhaftes Abenteuer. Exklusiv für Kinect auf Xbox 360. Sie werden begeistert sein. Die Kinder spielen gemeinsam mit ihren Lieblingsfiguren aus der Sesamstraße und jeder Menge neuer Monster. In einer Welt voller Spaß und Überraschungen. Ob es um das Pflegen von Freundschaften oder das Überwinden von Ängsten geht. Es war einmal ein Monster befasst sich mit vielen wichtigen Aspekten des kindlichen Alltags. Ja, ja, wenn ich das kann, könnt ihr es auch. Es war einmal ein Monster, wo die Fantasie Wirklichkeit wird. Sesamstraße – Es war einmal ein Monster. Nur für Kinect auf Xbox 360.